Was ich jetzt mache, ich war natürlich in der Mitte zuerst. Bei ihr habe ich gemerkt, ob die Feinbringung bei mir lustigerweise wirklich so Frames. Ich kann natürlich in der Mitte anzudauern, weil hier komme ich, brauche ich natürlich nicht mehr raus zu gehen. An der Seite schaue ich noch, ob ich das hier weg mache alles, oder ob ich das hier lasse. Wollen wir mal schauen. Warte mal, ich habe jetzt 2 Stunden 34 Aufnahme. V.O.1 hat sich immer bei mir beschwert, wenn seine Aufnahme in den, ich sage jetzt mal, Mülleimer gelandet ist. Ich meine, was kann ich denn dafür, wenn er zu inkompetent ist zum Aufnehmen? Das ist ja wohl seine Sache. Oh nein, ich müsste den Scheiß hier erst noch dauernd holen. Merkt halt langsam, dass das nichts mehr drauf hat wie früher. Bitte. Dann will er einfach nicht zugeben wahrscheinlich. Irgendwo die Luft raus. Was ist denn am Ende? So wie bei Call of Duty natürlich mit Dislikes. Da haben schon manche runtergeschrieben. Can I get more Abos than likes on this video? Und die haben tatsächlich in ein paar Sekunden 1000 Abos bekommen, oder so? Einfach nur wegen dem Video, damit die Likes so als reine Zahl dargestellt werden. Das ist schon wieder Nacht, das ist ja unglaublich. Ich habe immer noch kein Bett, das ist echt schlimm mit den Schafen hier, die... Das ist, dass du hier reingegangen bist. Die spawnen auch gar nicht so richtig in unserer Region. Ja, hier ist überall Redstone. Also... Oh, Dias. Was? Du findest sofort Dias. Willst du mich verarschen? Hört echt so. Aber er will nicht wieder zugeben, dass er das X-Ray-Texture-Fack verwendet hat. Aber auch nur bei der 1.9 funktionieren. Was? Dabei gibt es kein 1.9 X-Ray, sobald ich weiß. Doch, 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 doch. Ich weiß, man kann 1.8 da reindrücken, aber es gibt da einen Grafik... X-Ray Ultimate 1.9-Zip ist das. Echt? Das habe ich gerade mal reingemacht hier, extra für die Zuschauer. Aber es ist natürlich so ein bisschen mit Default-Textures, das sieht ein bisschen scheiße aus. Also, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Da sieht man, wenn man hier ein bisschen mit Optifine ranzoomt, die ganzen Cales. Und wenn man ganz runter geht, ähm... Aber auf jeden Fall sieht man da auch Dias und alles Mögliche. Alle, ähm... Texturen sind dann irgendwie wie connectedes Glas, ne? Alle normalen. Und sowas wie Chests oder wie Diamanten und so sieht man dann. Ganz wiert. Aber ich mache es natürlich wieder raus, weil ich möchte natürlich nicht cheaten. Du möchtest dir Spaß halten. Erstens, ich kann aber auch... Ja, du weißt ja, ich sehe schon, wo alles ist, also... Ich habe hier noch gar nichts gesehen, also das können auch die Zuschauer bezeugen. Ich, ähm... Mach das auch natürlich wieder rein. Ähm, ich habe natürlich hier... Downloade dir das, was ich dir hier gesendet habe im Chat. Das Sawyer-Text, das mache ich dann später. Weil ich bin ja jetzt gerade mit einer Aufnahme, da kann ich nicht einfach so raus. Ups. Und... Hm, hm, da war Lava. Muss ich mal schauen, ob das... Ah, das Funk, das X-Ray-Texture-Pack harmoniert sogar mit dem, äh, modernen Texture-Pack. Aber das ist natürlich nicht so ganz das Tolle, jetzt, was man, jetzt sage ich mal, so zum normalen Spielen verwenden kann. Vielleicht, wenn man wirklich mal was meinen will. Aber ich, ich glaube, ich glaube, ähm, das ist besser... Hier ist cool, ich wollte cool haben. Ähm. Ich wollte mich in die Richtung kommen. Und die Steine brauche ich ja gar nicht mehr so wirklich sehr. Das Blöde ist, die ganzen guten Texture-Packs. Ich hatte mal auf der 1... 8 hatte ich, glaube ich, mal ein, ähm, 2048er-Texture-Pack und das Ganze funktioniert alles nichts mehr. Das ist total schade eigentlich, weil die Texture-Packs waren ja von der, ähm, nicht allzu großen Zeit, waren die ja auch recht neu, diese 2048er-Texture-Packs, ne? Die funktionieren ja alle auf der 1.9 gar nicht mehr. Bin ich ein bisschen traurig. Kann man wohl nichts machen. Und ich muss hier immer wieder, ähm, verbrennen, sonst, ähm, sterbe ich hier vor, oder? Das war natürlich wieder genial, hier, statt Kohle, äh, Dings reinzudrücken. Du machst das aber auch immer falsch. Na ja, ich hab irgendwie zwei, ähm, Wurtenklangs reingedrückt und hab die dann wieder rausgenommen und Kohle reingedrückt. Irgendwie. Keine Ahnung. Äh. Die Chicken-Teile schmecken recht gut, wie bei KFC natürlich. Und nein, wir werden natürlich nicht gepartnert. Nee, wir haben hier keinen, ne? Ihr vielleicht nicht, ich schon. Ich bin so fett, die haben sogar auf meinem Arsch ihre Webseite, also die URL ihrer Webseite tätowieren lassen. Weil da hängt ja immer aus der Hose, weil ich fett bin. Hm. Willst du mich verraten? Ich bieg hier einmal um die Ecke, dann erst finde ich zum ersten Mal Diamanten und dann gleich sechs, ne, fünf Stück. Hey, Justin, ich seh deinen Namen. Was? Ich seh deinen Namen. Ich komme. Ah, hier hätte ich natürlich Stickies machen müssen. Ein bisschen blöd von mir. Ähm, aber... Gleich mal wieder raus. Natürlich, scheiße, ehrlich gesagt, dass hier die O-öfen stehen, dass ich die noch nicht mal, ähm... Wieso streiten wir uns um Ressourcen? Ganz ehrlich, ich ziehe die O-öfen jetzt langsam mal um, weil die hier unter dem Crafting-Termal... Digga, du bist einfach nicht geradeaus gekommen, geradeaus waren einfach direkt hier. Die haben hier einfach... Looooooi... Ich buddel mich geradeaus. Was finde ich? Diamanten? Die haben ja auch gar nichts mehr zu suchen. Sorry, ich hatte hier einen vergeblichen Zombie gesucht. Wenn du mal den Weg hier ein bisschen weiter abgehst, dann siehst du, wie ich gebuddelt habe. Ja, und ich buddel mich hier weiter geradeaus. Was denn meine? Meinetwegen mache ich hier dann noch einen mit dazu. Dann kann man hier die... Dann kann man hier die... Ich benutze deinen Farbigen, weil du einfach nur Scheiße gesucht hast, ey. Ich habe ja noch nicht mal genau dort Diamanten gesucht, sondern einen Zombie. Dicker Kohle. Oh, das war ja interessant. Oh, das war ja interessant. Oh, da habe ich Massen. Oh, da habe ich Massen. Ja, deswegen... Dicker Kohle. Ich glaube aber, diesen Crafting-Table, den setze ich jetzt immer mal so. Max hält es immer noch mit sich selbst. Ja, keiner redet mit Max. Max redet mit sich selbst. Ich rede natürlich mit den Zuschauern hier. Ich möchte denen ja auch irgendwas zum Sagen haben und die nicht still vor mir hierher schweigen, weil ich möchte mir ja hier auch Mühe geben, ne? Im Endeffekt. Ja. Nicht so wie du, Justin. Wieso? Der redet mit mir. Ja. Aber er redet nicht mit seinen Zuschauern. Das war doch nicht. Immerhin 40 Leute, die dir zuschauen, Justin. Das musst du mal bedenken. Nein, 14 potenzielle Zuschauer. 40? 40, wie viele reelle es sind, das ist eine andere Sache. Ja, klar. Potenziell sind es eigentlich 48. Ich mache hier jetzt auf jeden Fall die Crafting Table so rein, dass ich immer in jedem Stockwerk darauf zugreifen kann, dass ich immer weiß, wo die sind. Oh, da baue ich mir lieber zwei, drei, vier, fünf Stück oder so. Ja, ich habe zwei gemacht. Bei drei Stockwerken. Weißt du, bei drei Stockwerken habe ich mir zwei gemacht, immer in die Decke rein. Und das muss natürlich lang, dann weiß ich immer, wo der ist. Ne, du weißt nicht, ob er jetzt im Boden oder in der Decke ist. In einem Stockwerk ist er sowohl im Boden als auch in der Decke. In dem Stockwerk, wo ich es am meisten brauche. Da kann ich beide Richtungen schauen. Nein, da musst du dich trotzdem drehen. Das ist ja egal eigentlich, das macht mir ja nichts. Nein. Du hast noch ein bisschen Stone. Ja. Ich baue hier ein bisschen Stone. Ich gehe mal wieder in mein Home. Home. Das sieht hier schon mal ein bisschen räumlicher aus. Nicht so gedrückt. Erzwungen. Rein vergewaltigt. Oh, ich brauche natürlich wieder Spitzhacken. Jetzt habe ich, jetzt habe ich wieder die schlechte Angewohnheit gemacht und bin zu der alten Position vom Crafted Boy getroffen. Natürlich, er muss sich erstmal dran gewöhnen an die ganze Scheiße hier. Aber, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal werde ich es wohl verstanden haben. Ja. Du wirst schon nächste Woche deine Werkbank eh wieder suchen. Mann, ey, Junge, scheiße. Du baust sie dir eine neue, stellst sie genau über der anderen, die im Boden ist. Da hin, wo es sie vorher war. Ja. Ja. Hier regst du dich dann, dass sie dort, legst du dich auf, dass die dort steht und dann merkst du, oh, da war es schon an dem Boden. Das Ganze möchte ich ja aber noch ein bisschen anders einrichten, weil das geht hier so nicht. Das sieht auch ein bisschen sehr rustikal aus. Deswegen. Ja, einfach nicht. Das kann man nicht bringen. Kennst du bei, war das nicht bei Subway oder so, da gibt es so ein rustikales Boot, Alter, das ist voll lecker. Nicht immer hier so die Product Placements hier, Dennis. Das ist ja schön, dass du irgendwie Partner bist oder so und mit... Rustikales Boot, war das nicht allgemein, irgendein Bäcker oder so? Das gibt es auch. Steinbring. Aber ich meine auch rustikales Sandwich-Brot gibt es von denen. Hm. Ich gehe ja etwas weniger Subway, ich gehe lieber zu einer Baguette-Ree, die direkt an der Schule ist. Zu was für'n Ding? Baguette-Ree. Haben wir nicht was für. Hm, aber für den kleinen Laden lohnt sich dieser Scheiß-Pleck. Schauen, ob ich da draufkomme, jawoll, hier der Skill-Jump hier. Weil, immer wenn Pause ist, ist der Laden rappelvoll. Immer. Wir nehmen durch uns Schilder so extrem viel ein. Ich bin nicht ganz froh, dass wir jetzt wieder das Subway-Dash wieder hoch haben. Tag oder ist es Tag? Jetzt ist die Frage, wird es Nacht oder Tag? Ich bin nicht sehr, ich bin malucke. Ich bin nicht sicher, dass ich mein Herz überniveau werde. Ich habe ja Leder, nein habe ich nicht. Lack und Leder. Nein, Leder. Kein Lack. Oh, das ist fast... Das ist noch vorm Zenit. Brauche ich hier mal ein Holz... Ich muss natürlich mal wieder ein wenig Holz farmen, weil das geht mir langsam auch schon wieder aus. Wo ist die Kuh hin? Wo ist die Kuh? Und du erinnerst mich da an was. Solange hier noch Tag ist, gehe ich jetzt mal raus und farme natürlich mal ein bisschen... Essen und Schafe und alles. Die Kuh, die hier irgendwie in der Nähe steht, gehört mir. Ja, das ist ja schön und gut, aber ich brauche hier mal langsam ein Schaf. Ich wusste gar nicht, dass bei Dennis unterm Haus einfach mal eine Hülle ist. Doch, deswegen bin ich da ja. Aber da ist schon ein Cobblestone an der Wand. Hab ich da schon hingesetzt. Eine Hülle, in der wir gar nicht mal erst erforscht haben? Achso, die Hülle meinst du? Leute, seht ihr vielleicht irgendwelche Schafe spawnen? Oh Gott, was war zu scharf? Seht ihr irgendwelche Schafe spawnen? Ja, oder? Bestimmt. Ja, weil ich langsam mal wieder... Schafe... Was war das für ein Move? Ich hab das geschlagen und auf einmal höre ich das scheren. Du wolltest schon, dass es nackt und ich denk böse. Wenn ich es geshared habe. Also ich hab hier nur Schweine, das ist das Problem. Schweine sind zwar schön und gut. Ich bräuchte ein einziges Leder. Aber ich borde natürlich mal endlich mal ein Schaf natürlich. Hast du ne Kuh irgendwo gesehen? Also hier ist bestimmt ein Schweine spawnen. Also da bin ich mir sicher. So viele Schweine wie hier sind. Aber ich brauche hier echt mal wirklich ein Schaf. Also da wärs natürlich toll, wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet. Ja, ist ein Schaf, aber es ist schon geshared. Also kann man es natürlich töten. Vielleicht ist da hinten vielleicht noch eins, wo nicht geshared ist. Wieso? Brauchst du Wolle? Natürlich. Ja, dann frag mich doch. Hast du noch Wolle? Ja, ich hab sie immer in dem Ventar. Nice. Warte, ich brauch eigentlich nur zwei, weil ich hab grad noch ein Schaf gesehen, das gerade gespawnt ist neben mir. Töte es nicht. Und da hab ich schon. Perfektlich. Warum denn? Ich brauch Wolle. Ich brauch nur noch zwei. Wer hat hier hinten Weg gemacht? Oder war ich das? Das kannst du gewesen sein, zeig mal. Wo ist hinten? Bei mir hinten, unten am Haus. Wo dieser ganz große Habe stand. Da war ich eh nicht. Zeig mal. Warum hab ich denn da mit der Schaufelrechtsstücke... Nein, nicht töten. Arsch. Ja, dann scherz, dann töte ich's so nach. Hier. Da. Das ist natürlich nett von dir. Na, guck mal, hab direkt zwei Wolle wieder rausbekommen. Wie, wie du gedroppt hast. Ich brauch ja im Endeffekt nur ein Bad, also... Du wolltest ja nicht übertreiben. Ja, wenn da Razzella kommt. Wenn was kommt? Alles klar. Ich dachte mir so, okay. Ähm, okay. Wenn was kommt? Wenn was kommt? Ich kapier erstmal so gar nichts.